Das muss man sich ja erstmal so ein bisschen dran gewöhnen, dass man so in diese Richtung labert, ne? Vielleicht finde ich mir da ein Bild von den Anhängern. Vielleicht sogar wirklich einfach ein Bild von Helmut Kohle oder so. Unser Fixpunkt, damit wir uns auf die Kamera konzentrieren, an so ein fettes Porträt von Helmut Kohle. Oder Hitler. Ich finde es gut. Ich finde es sehr gut. Ich hatte im Vorhinein ganz viele coole Ideen, wo ich mir gedacht habe, kann man das machen? Kann man das denn alles hochbringen? Oder kommt dann der Morgen mit der Mistgabel? Man kann ja tatsächlich überlegen, dass man da verschiedene Bilder hängt. Und dann lasst man dann irgendwie nach so einer Staffel, nach zehn Sendungen oder sowas raten, jetzt welches Bild da hängt. Weil ich glaube, das auch abfärbt auf die Stimmung der Sendung, sag ich mal. Eine Sendung, wo der Hitler da hängt, anders ist als eine Sendung, wo Ali Schwab? Naja, vielleicht auch nicht. Hitler hängt auch nicht. Du filmst doch eigentlich schon. Ach, dieser Hitler. Oh Gott. Ich habe eine neue Kaffeemaschine. Wie schmeckt der Kaffee? Geht so. Wir können ja mal versuchen, hier reinzustarten. Was wir denn hier tun? Es ist relativ offensichtlich, was wir hier tun. Ich denke, das reicht. Ja, wir sind hier bei, wie nennen wir es eigentlich? Wer ist TV? We are Salzburg TV? W-A-S-TV? Was TV. Zur zusätzlichen Verhörung. Ja, früher hieß das ja mal, als wir uns noch Mühe gegeben haben und Beiträge gemacht haben und so weiter, die große We are Salzburg Show. Ja, die legendäre We are Salzburg Show, auf die uns in den letzten drei Jahren viele angesprochen haben. Warum macht ihr das nicht mehr? Mich hat niemand angesprochen. Das war so ein höchst erfolgreiches, sympathisches, charismatisches, professionelles Format. Ja, nein, der ganze Hintergrund ist eigentlich, um jetzt mal mit dieser Legende aufzuräumen, wir haben uns einfach zwei so Lichter gekauft. So Kameralichter. Für 70 Mal auch? Das heißt, jetzt müssen wir auch was filmen. Genau. Deine Kamera biebt was. Ja, Butter bei dir Fisch. Herzlich Willkommen zu WasTV. Ja, wir werden in regelmäßigen Abständen versuchen, dieses Format zu machen. Ich hätte ja gesagt... Täglich. Ja, ich hätte ja gesagt, alle 14 Tage. Das Problem ist nur, ich musste dann immer mein Wohnzimmer komplett herunräumen und da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Dein Wohnzimmer? Wie meinst du unser hochprofessionelles Studio? Unser Studio. Genau, unser Studio. Ja, das sind wir angemietet. Ja. Ja.